Hier sind wir auf dem Fischmarkt. Interessante Viecher gibt es hier. Ganz frisch. Und hier vorne ist Wäldse. Auch super frisch. Das sind Wäldse. Das sind Wäldse. Und das sind irgendwelche Barsche. Die lebt noch alle. Kleine Bonito. Die lebt noch alle. Die Lebt hier. Sehr gut. Und dann ist es noch in der Lachs-Potel. Hier ist das Fisch. Die Hüften ist nicht kaum zu erfahren, die Hüften. Aber hier ist das Fisch. Mein Mensch ist groß. Mein Gott ist groß. Groß.